Ich weiß, du hast keinen Bock mehr mit mir nach Australien zu fahren, fliegen. Warum nicht? Weiß ich nicht, frag dich mal selbst. Ich hab das so, ich spüre das. Bei dieser komischen Military Scheiße ist auf jeden Fall ein Team. Bei uns kommt, glaube ich, auch ein Team hin. Meinst du? Kann sein. Hey, bei mir steht gerade, dass du Play-Anon's Battlegrounds spielst. Mach ich ja auch. Das ist jetzt bei Steam aufgetaucht. Das war vorhin aber auch schon da. Ja, das ist manchmal voll buggy irgendwie. Aber wenn man in der Wüste keinen guten Sucher hat, dann ist man voll aufgeschmissen. Jo. Das bedeutet, du hast einen Vierer. Nee, Zweier. Okay. Weißt du was? Mhm. Ja? Ja, Wasser ist nass. Was? Hä? Ja, was? Wasser ist nass. Ja, okay. Das war ein ganz lustiger, hä? Klar, Alter. Ich geh zum Quatsch-Comedy-Club. Ja, weil da der Schwule moderiert, ne? Dachte ich's mir doch. Nee. Wir essen ja nochmal, ey. HP Kerkeling? Nee, nee. Moderiert der das jetzt? Nee, aber der ist schwul. George Clooney ist auch schwul. Echt? Nee. Keine Ahnung. Das sind nur Gerüchte, glaub ich. Hast du inzwischen ein Fahrzeug gefunden? Negativ. Und sie? Nö, ich war... Sonst würden sie ja nicht fragen. Alter, hier sind zwei. Norden. Bei mir. Bei mir. Norden. Okay, ich bin hier hinten. Dead null. Warum treff ich den denn nicht? Ich komm mal hier... Ich versuch mal hier hinten lang zu gehen. Norden. Vorsicht, die sind da hinter dem grünen Ding, wo da schon weiter gerannt. Hinter dem grünen Ding? Hinter diesem grünen Container da. Aber vielleicht sind die auch schon weiter gerannt. Zone kommt. Lass uns abhauen, oder? Ja. Fuck, jetzt bin ich hier... Jetzt müssen wir aber aufpassen. Ist hier nirgends ein Auto? Ich wette, die klauen uns jetzt eins weg. Ja, den Bus auf jeden Fall. Lass uns mal hier gerade hoch. Ah, sehr gut. Sollen wir uns erstmal heilen? Ja. Oh. Oh, fuck. Ich hasse es so. Da hat unsere Heilung ja viel gebrochen. Ja, das ist... Also die Fahrphysik ist richtig affig irgendwie. Zugriff, Zugriff. Oh, Türen auf. Echt? Hier ist ne Tür auf, ja. Jo. Bei mir hat sich jemand bewegt. Nur bei dir. Hörst du das? Ja. Ach nee, die sind, glaub ich, da im Haus. Da drüben? Okay, lass erstmal unsere Häuser checken. Nicht, dass die hier drin sitzen. Lass uns erstmal... Gucken, dass wir uns heilen. Also ich heil mich erstmal. Ja, ich bin schon fast voll. Guck mal aus dem Fenster. Siehst du da welche? Achso. Das war dein Haus. Äh, nö. Das ist noch ne Granate. Kann halt echt sein. Nö. Dass die hier bei mir sind. Wenn ich jetzt hochgehe, dass ich dann... Ich glaube, die sind da in dem Haus, wo wir hier drauf geguckt haben. Können's auch von außen nähern. Das ist ja... Ich glaube, die sind, wie gesagt... Nee, die sind hier im Haus. Unsere Chance. Ah, meinst du? Also... Nee, nee. Vielleicht ist der auch allein, ne? Weiß man nicht. Äh, willst du mal die Tür aufmachen? Auf der einen Seite. Ich gehe rein. Hier? Noch weiter, glaube ich. Achso. Die Tür. Du meinst, wo du gerade vorstehst? Nö, nö, die ist auf. Hä? Hier ist noch eine. Da, wo ich hingucke. An der Seite. Ach, da. Ah. Aber vorsichtig, ne? Nicht, dass der... Ich gehe jetzt rein, wenn du aufmerkst. Warte, warte, warte. Ja. Okay. Kannst du reinkommen? Spannend. Warte, warte. Kein Plan, Alter. Was sollen wir machen? Sollen wir einfach zu zweit hoch? Er ist raus. Er ist tot. Sofort tot? Ja. Okay. Er ist aus dem Fenster. Das ist immer... Das ist gut. Mhm. Ja, hier war irgendwo ein Scharfschwitze, ne? Auf der Seite. Wollte ich nur sagen. Mhm. Dann kannst du mal fahren. Ich habe immer Schiss, irgendwie zu fahren. Wo soll ich hinfahren? In die Zone. Ähm. Hier so. Genau. Das ist gut. Einfach hier lang. Die Straße. Mhm. Die Fahrphysik ist ja echt so ein Aids, Mann. Ja. Ist richtig scheiße, Alter. Soll ich hier irgendwie... Nee, hier ganz hoch, oder? Ja, doch. Hier könnte man... Ja, einfach halt hier einfach an. Geil! Guck mal, 15 Leute in dieser Map. Mhm. Das ist eigentlich voll... Jederzeit könnte uns einer sehen. Jo. Ich hasse das auch. Ja, bei 250. Ähm. Was sollen wir tun? Laufen. Können wir abfangen hier gleich. Der rennt hier jetzt auch hoch. Ah, sehe ich den. Und da ist auch ganz hinten ein Fahrzeug langgefahren. Oder wir warten. Achso, scheiße. Hier kommen wir nicht. Okay, ich denke mal, der wird jetzt gerade beschossen. Okay, wir wissen, dass da unten jetzt jemand ist. Ja, und die beiden, die sind da. Ich sehe sie. Okay, da rennt einer hier unten gleich. Direkt 215. Der ist da. Hast du ihn gesehen? Ach ja, ich sehe ihn. Schieße? Ja. Tot. Der war auch alleine, okay. Auf hinten aufpassen, ja. Mhm. Das ist übel riskant, was wir hier machen, Alter. Ich kann mir vorstellen, dass die alle erst reingelaufen kommen. Also bei diesen grünen Containern könnten halt welche sein. Und da. Die Zone ist direkt in der Mitte. Ja, vor allem da oben. 100 pro, da hängt einer. Bestimmt. Nur noch sechs. Nur noch sechs Leute. Alter, hier kann einfach überall einer sein. Und man weiß ja auch gar nicht, wie lange die einen schon beobachten, ne? Jo. Ich weiß nicht, sollen wir da einen Hügel hohen? Ich leg mich mal hin. Wir sind drin. Ich weiß nicht, ich finde es, ey. Ist irgendwie scheiße hier. Ja. Da oben könnte er sein. Das Problem ist halt, egal wo wir jetzt hingehen, auf den Hügel kommen wir nicht mehr. Ich weiß, hier können die einfach von links oder von rechts kommen und wir sind tot. Oder von vorne und wir aimen dann scheiße. Aber gleich, gleich ist die Zone ja nicht mehr so groß und dann hat sich das ja auch. Wollen wir mal hoffen, dass keiner von denen hackt. Ich sehe einen. Äh, 130 Osten. Läuft da runter. Wir müssen... Ja, ich sehe ihn. Fuck, Alter. Wenn... Wir haben halt von vorne keine Deckung. Also wo der jetzt hin rennt. Ah. Oh, da ist noch ein anderer. Doch, doch. Aber wir sind ganz nah. Knapp am... Da rennt noch einer. Bei 160 Südosten über die Straße gerade. Ja, und hier direkt vorne am Stein ist jemand. Zwei. Ja, ich sehe ihn. Warten wir, bis der tot ist. Ich sehe den ein. Habe ihn. Soll ich auf ihn schießen? Ja. Ist da noch einer? Ah. Fuck. Ich habe ihn gesehen. Er hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Er ist tot. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das der war, aber ich glaube... Nächste Zone ist richtig scheiße. Fuck. Okay, lass uns weiter. Es sind nur noch... Zwei Gegner. Ja, genau. Die bekämpfen sich jetzt. Das ist unsere Chance. Krass. Machen wir sie fertig. Einer ist hier, glaube ich, hinterm Felsen. Rechts. Da ist nämlich eine Granate gefallen. Der andere müsste hier vor mir. Ich sehe einen. Welchen? Äh, 100. Aber ich... Er ist weg. Also, er hat sich hingelegt und... Okay, ganz locker bleiben. Mhm. Ich kann mir den einen holen. Wo ist er denn? Warte, der ist hier. Ja. Ja. Er ist down. Hä? Vorsicht. Der andere, der andere. Vorsicht. Der ist, glaube ich, hinter dem Felsen da. Ich weiß es nicht. Nee, der ist hier bei mir. Bei mir. Genau, wo wir den Typen getötet haben. Ja. Warte, ich heil mich mal kurz. Ich bin jetzt schon... Fuck, wo? Ich weiß nicht, wo der schießt. Keine Ahnung, von wo der schießt. Ich sehe ihn. Schieß. Hier, jetzt ist er weg. Ach, da ist er. Mach ihn. Ich habe ihn einmal getroffen. Fuck. Warte. Vorsicht, der ist da unten, ähm, hinter dieser Erhöhung. Also kann ich... Ich habe keine Ahnung. Fuck. Zone kommt. Wir schaffen das noch. Oh, fuck. Der ist bei 130 hinter... Siehst du ihn da an der Erhöhung? Er ist tot. Jawoll. Zack. Fickendinner. Ja, erst... Nee, war nicht die erste Runde. Also für mich war es die erste Runde auf dem... Stimmt, ja. Ja, und ich lebe sogar noch. Boah, Junge, der hat mich fast gehabt, ey. Ja. Ja, ich konnte das halt auch schwer erklären, so wo der jetzt ist. Ich habe den ja gesehen, aber dann habe ich auf einmal nicht mehr das erkannt, was das... Ob das ein Hügel ist und so. Junge, das war... Das war aber spannend, ey. Das war aber Lyle, da war nicht mehr beobachtet, Willie listening. Vielen Dank.